Kaffee ist der Motor beim obligatorischen Kreativ-Frühstück. Also ich hätte gerne einen automatischen Autokrotzer im Winter. Denn Tüfteln und Ideenspinnen ist Pflichtfach für alle Azubis. Ob Hagebuttenentkerner oder Auto-App. Wenn du aus der Haustür rausgehst und in die Garage reingehst, dass das Auto schon beheizt wird gleich. Hier werden Azubis zu Erfindern. Oberste Regel, jede Idee ist es wert, weitergedacht zu werden. Ich hätte starke Bedürfnisse nach einem Staubwischrobot. Das formt kleine Ingenieure. Und zwar längst nicht nur unter den technischen Berufen. Auch die kaufmännischen Azubis lernen beim Kreativ-Frühstück echtes Möglichmacher-Denken. Die Brompeller dreht er sich und dann wischt er sein. Wenn die so sind und dann das Ding sich dreht, dann kann er die Seite... Also Quattro-Kopter, der fliegt nicht so, sondern fliegt dann ran parallel. Irgendwie, dass man die Ammer beweglich macht. Okay, du stehst dich ins Wohnzimmer und hast dann mal Quattro-Kopter fahren. Wenn der Vater, der mein Mann würde es dann auch mal machen. Schon hebt die Staubwischflugdrohne gedanklich ab. So läuft das bei Pfleiderer im bayerischen Neumarkt. Spaß und freies Denken als Anreiz für die Fachkräfte von morgen. Zwei Prozent Arbeitslosenquote, harter Wettbewerb. Da entwickelt ein Spanplattenhersteller seinen Charme für Bewerber erst auf den zweiten Blick. Also muss das Konzept überzeugen. Uns ist es eben einfach wichtig, innovativ zu sein, innovativ zu denken und das Ganze auch zu honorieren, wenn das jemand macht. Honorieren, das ist bei Pfleiderer wörtlich zu nehmen. Hier vergeben die Vorgesetzten Lob in Form von Bonuspunkten. MyBooking heißt die firmeneigene Plattform, in der alle Auszubildenden gelistet sind. Ob besondere Leistung, gute Noten oder prima Idee, ein Punkt bedeutet einen Euro-Bonus am Monatsende. Auch mit sozialem Engagement. Also auch wenn jemand im privaten Bereich sozial besonders engagiert ist, dann erkennen wir dies auch mit unserem Punktekatalog an. Wie überhaupt auch hier die Soft-Skills besonders im Vordergrund stehen. Wie ich hinter meinem Projekt stehe, Abstand haltend. Was mache ich mit meinen Armen? Präsentationstraining bei Personalentwicklerin Kupczyk. Gutes Auftreten zählt auch, wenn die jungen Tüftler ihre Ideen auf Wettbewerben präsentieren. Bei Jugend forscht ist Pfleiderer schon auf Erfolg abonniert. Mit diesem Cake-Sparkler haben es Anna und ihre Freunde sogar bei der Erfindermesse aufs Treppchen geschafft. Wer Kuchen dekorieren optimiert, der bringt auch Verbesserungsvorschläge in die Produktion. Wo wir die Effekte dann auch spüren im Alltag. Wir haben aber natürlich auch Auszubildende, die sehr lösungsorientiert unterwegs sind, die ein Problem erkennen, sich daran aber nicht festhängen, sondern einfach weiterdenken. Und nachdem wir ja einen Großteil unserer Auszubildenden auch übernehmen, haben wir dieses Potenzial dann natürlich auch für uns als Arbeitgeber, das wir dann auch nutzen können im Alltag. Ausbildung als große Entdeckungsreise. Das braucht Fantasie und einen Ausbildungsleiter, der jeden Einzelnen erkennt. Sie diskutieren schon über das Ganze und da muss man halt einen bestimmten Zeitpunkt warten und dann sagen, Mensch, du bist du Elektroniker oder Mechaniker, das ist was Mechanisches, was Elektrisches. Das muss man ein Gefühl haben.